Hey, kleiner Wichtel, was machst du heute Nacht? Und welchen Quatsch hast du dir wieder ausgedacht? Ein Wichtel wohnt bei uns im Haus, hat ein kleines Türchen. Wie sieht's wohl dahinter aus? Gibt's da Tisch und Stülchen? Er erklärt uns, was er braucht, dazu schreibt er Briefchen. Ein Hähchenbrei, ein Kiegelei und Kekse mag er auch. Hey, kleiner Wichtel, was machst du heute Nacht? Und welchen Quatsch hast du dir wieder ausgedacht? Heute müsst ihr suchen, ich kenne die besten Verstecke. Am nächsten Tag entdecken wir Spuren kleiner Flüsschen. Durch den Flur bis zum Klavier und hin zu seinem Türchen. Wer hat das hier ausgeheckt? Ruft zum stillen Örtchen. Oh nein, jetzt hat der Wichtel glatt das Klopapier versteckt. Hey, kleiner Wichtel, was machst du heute Nacht? Und welchen Quatsch hast du dir wieder ausgedacht? Mhh, Marmelade kann man auch problemlos ein Schling im Stimm verwenden. Papa wurde nachts geschminkt und Mamas Stiefeletten hängen, wenn's noch komisch klingt, von der Zimmerdecke. Auf dem Waschtisch sehen wir Marmeladenflecken. Als Nacht und Kraft die ganze Nacht, der Wichtel, der war hier. Hey, kleiner Wichtel, was machst du heute Nacht? Und welchen Quatsch hast du dir wieder ausgedacht?